Okay, liebe Leute, wir machen weiter bei Alaskan Road Truckers. Und zwar gab es heute auch gleich den ersten Patch. Ja, schon einen Tag nach Release, das ist auch ein gutes Zeichen, da ganz eine Menge Bugfix ist. Und ich habe schon ganz kurz getestet, das Gasverhalten nach dem Schalten ist jetzt doch anders und besser als gestern, das hatte ich noch so ein bisschen bemängelt. Und wir werden jetzt, glaube ich, erstmal eine Runde pennen und dann den ersten Auftrag fahren. Ich muss mal kurz gucken, warum mein Leben so weit runter ist. Wo steht denn Gesundheit? Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Hier, überleben. Gesundheit und Heilung. Hunger. Kannst dich automatisch heilen. Vorausgesetzt, du bist gut genährt und ausgeruht. Oder einen Erste-Hilfe-Kasten verwenden. Ah. Kälte. Es ist nämlich arschkalt, glaube ich gerade. Drei Grad ist nicht allzu warm. Okay, dann gehen wir mal rein. Das kann mich auch ein Grund sein, warum wir Gesundheit verlieren. Und ich glaube, wir hatten hier noch eine Jacke. Yes! Das nehmen wir alles mit. So, wie kann ich jetzt die Jacke ausrüsten? Symbole in der... Ah, geben die den Status an. Hier haben wir jetzt die Jacke zum Beispiel. Zusehen. Dann werden wir erstmal schlafen, bevor wir hier einen Auftrag annehmen. So, entscheide, wie lange du schlafen willst. Es war jetzt kurz vor elf. Ah, und wir sehen hier dann immer auch, wie weit sich das erholt. Das ist gar nicht so schlecht. Aber es lohnt sich, fast nur vier Stunden zu schlafen. Über 80 Prozent kommen wir dann nicht. Müssen wir vielleicht doch einen Kaffee trinken oder sowas. So. Dann frühstücken. Hatten wir noch was im Kühlschrank, was wir warm machen können? Frühstückscombo. Kochen. Äh, oh. Okay. Das geht dann wahrscheinlich nur in der Mikrowelle. Die geht in der Mikrowelle leider nicht. Das ist vielleicht ein Bug. Weil ich habe noch Essen im Auto, das brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Ernährungsanzeige. Magenschmerzen. Verzehrfertig. Wasserflasche. Okay, Wasser und Essen geht beides in diesen Balken hier rein. Das ist also, das scheint es keinen Unterschied zu geben. Irgendwie hängt. So, dann nehmen wir mal einen Auftrag an. Wir hatten ja gestern schon geguckt. Wir brauchen gar nicht hier am Computer rumbuseln. Wir brauchen einfach noch rausgehen. Und mir gefällt der einfache Truck hier einfach besser. Der ist zu, zu klischeehaft. Mir gefällt das Horn vorne nicht. Später kann man die, glaube ich, alle so ein bisschen modifizieren. So. Frühstücken. Nee, das ist, glaube ich, nicht zum Kochen, oder? Das Frühstückszeug. Wo haben wir das? Soll ich jetzt doch wieder zurückgelegt, glaube ich? Daunenjacke und Wintermantel. Oh, das ist ja auch cool. Dicker Mantel. Kältere Tage. Ja, okay. Kratzer. Gebratene Hähnchen-Sticks. Die kann man, glaube ich, hier jetzt... Jawohl, die kann man zum Frühstück essen. Das ist doch was. Gucken, ob wir noch irgendwas entdecken. Ach, das nimmt der immer automatisch. So, Frühstück. 40% füllt das auf. Da kann man sogar noch ein bisschen warten mit dem Essen. So. Dann. Es regnet. Das ist ja auch sehr schön. Wir hatten hier schon einen Auftrag markiert, ne? Wir wollten... Wir nehmen den hier. Das ist irgendwie Holzfaden oder so, glaube ich. Das ist gleich möglicherweise. Nee. Ah, die Tooltips wechselt er nur, wenn man anklickt. Müllfahren. Ich will die Tour sehen. Wie war denn das nochmal? Achso, ich muss hier rein. Nee, der gefällt mir nicht. Tonfabrik. Müllfahren. Auch dahin. Wir hatten doch hier irgendwie Holzpaletten. Das hier, den wollte ich, glaube ich. Weihnachtsmann, Werkstatt. Zur Weihnachtsmann, Werkstatt. Ach, da fahren wir hin. Komm, das sieht gut aus. Das sieht... ...gar nicht so schlecht aus. Jetzt habe ich schon vergessen, welcher das ist. Was ist der hier? Okay. So, Scheibenbüscher. Ähm, Licht. Dann haben wir noch... ...Instrumenten, Brettbeleuchtung hier irgendwo. Armaturenbeleuchtung. Radio lasse ich aus. Das sind nämlich lizenzierte... ...also copyright geschützte Lieder. Die können Probleme machen. Und da haben wir irgendwo noch Differenzialsperre. Da... ...braucht man natürlich jetzt beim normalen Wetter erstmal nicht. So, Parkbremse lösen. Ah, jetzt geht die Lenk-Animation auch besser. Das hatte ich gestern, glaube ich, auch so ein bisschen... ...lass mal anhalten. Ja, er... Okay, er dreht... ...er kurbelt auch richtig, ne? Ich habe bei mir jetzt auf 180 Grad das Ganze beschränkt. Und er scheint hier aber richtig zu kurbeln. Aber es ist nicht... ...es ist nicht kalibriert, liebe Leute. Es ist nicht mittig. Doch jetzt ist es mittig, komischerweise. Who knows? So. Lassen wir mal reinfummeln. Und es gab ja schon die ersten Kommentare... ...zum ersten Video, ne? Logisch ist das irgendwie keine Konkurrenz für... ...ich sag mal... ...Eurotruck oder... ...Oder... ...American Truck. Ja, wer diese Spiele mag... ...der wird hier möglicherweise nicht wirklich glücklich mit werden. Das ist eine kleine Alternative für Leute, so wie mich. Mir ist zum Beispiel... ...American Truck und... ...Eurotruck durchaus zu... ...eintürig nach einer Weile. Und ich habe das mehrfach angefangen. Und... ...ja, es macht mir einfach nicht so Spaß. Und das hier spiele ich, sondern wie es Spaß macht. Das hat 20 Euro gekostet, wenn ich jetzt 20 Stunden drin versenke, dann ist das gut. Ja, jetzt geht das Gas, auch wenn ich geschalten habe, ohne dass ich in... ...vom Gaspedal nochmal runtergehen muss. Okay, so, 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 so ist das gut. Das war gestern vielleicht einfach ein klein bisschen verpackt. Ein Haufen Bumps wurden... ...ich sag mal rausgefixt. Ja, es gab so kleine Kollisionen in der Straße. Ich glaube, wir hatten im Video auch eine gehabt, wo einfach aus dem Nichts da irgendein kleines Hindernis war. Ein unsichtbares. Wartet mal, im Hintergrund läuft doch Musik, ne? Ist das die Spielmusik? Ja. So reicht von Lautstärke, ne? Hier dürfen wir eh nur 25 fahren. Ja, wie gesagt, ne? Das ist jetzt kein Ersatz und auch nicht geplant als Ersatz für Eurotruck oder American Truck. Das ist ein ganz kleines polnisches Entwicklerteam. Das ist ein Indie-Spiel. Oh, hier ist sogar das Speed Limit 15. Ich habe nicht nach links, nicht nach rechts geguckt. Das ist gefährlich. Irgendwie erkennt er im Spiel meinen Knopf nicht, mit dem ich eigentlich hochschalten würde. Ich muss also mal extra losmachen. Das ist noch ein bisschen... Nicht so schön, aber ich denke mal, dass das vielleicht auch noch befixt wird. Also die Unterstützung für Lenkräder ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja? Also man muss das Logitech Gamehub installieren und dann trotzdem noch die richtige Treibersoftware für den eigentlichen, das eigentliche Lenkrad, welches man hatte. Und dann erkennt er das aber in der Regel. Also bei mir zumindest, ich habe einen Moser, das ist ja auch eine ganz ungewöhnliche Marke eigentlich. Oder eine relativ neue Marke, da muss man so. Oh, er blinkt, er blinkt noch. So. Jetzt müssen wir das irgendwie finden hier. Da ist was weiß. Da habe ich jetzt was gesehen. Da ist ein weißer Mannigen. Mal gucken, wie wir da rankommen. Hier geht es, glaube ich, rein. Da steht was. Aber das ist eher dort und nicht... Ja, das passt schon. Das passt, das passt, das passt. Ne, da ist ein Kipper. Da steht auch noch eine. Wir sind, glaube ich, noch nicht ganz richtig. Doch, der rechts ist es. Es müsste der dort sein. Der da. Aber da muss ich scheinbar... Da muss ich hier rauf fahren. Und das sieht da ehrlich gesagt auch ziemlich eng aus. Ich fahre, glaube ich, gleich rückwärts rauf. Kommt was? Ne. Oh, die Scheibenwäscher quietschen, ne? So. Rückwärts fahren. Ist so gar nicht meins. Ich habe so ein riesen Respekt und ziehen gut vor. Echt eine LKW fahren. Die mit diesen riesen Maschinen über unsere Straßen... Mann, die Brühe ist ja auch ein Haufen Verantwortung, wenn die irgendwie einen Unfall bauen oder so. Da ist ja mal ganz schnell auch riesen Schaden angerichtet. Aber es sieht doch eigentlich aus wie ein Kipper, ne? Ist doch kein Holz, oder? Müssen wir mal gucken. Ist auch egal. Dann fahr mal den Kipper, dann ist es so. Boah, die quietschen mir zu sehr, die mache ich jetzt mal aus. Hat, glaube ich, auch aufgehört zu regnen. Und wenn wir dicht dran sind, wird es auch grün. Aber ist da was, bevor das nachher der Falsche ist? Gehen wir erstmal ganz schnell gucken. Ob wir hier wirklich den Anhänger dann auch nehmen. Das ist nicht die Holzgeschichte, oder? Ja, das ist nämlich Müll. Das ist hier, glaube ich... Also das Zoom geht noch ein bisschen schwierig. Und ich bin noch nicht mal im richtigen Menü drin. Hier sind die Aufträge. Das hier ist nämlich Müll. Aber der ist gar nicht markiert, irgendwie großartig. Vielleicht ist er noch weggegangen, aber... Ist egal, wir nehmen den jetzt an. Wir machen das jetzt einfach, dass wir mal vorwärts kommen. So, wähle eine Aufgabe aus. Wir nehmen das. Das sind 8 Stunden. Das gibt aber 7000... Ne, 6000 Öcken. So, Terra-Müll und Recycling. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das hinbekomme. So kann ich das mal besser gucken. So, ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme. Das ist dann, glaube ich, schief. Ja. Wir sehen da die Kupplungsflächen unten, ne? Naja, das ist... Der gelbe Bupel ist nämlich der Anhänger. Und der gelbe Kreis, der leere Kreis, das sind wir. Oh, das war die Hupe. Das war die Hupe-Stadt. Das war die Hupe. Da ist er. Die Kabelchens wieder mal. Es ist Sommer und 10 Grad, dann war das geil, ne? Cool. Es piept, glaube ich, weil ich den Rückwärtsgang noch drin habe. So, jetzt müssen wir erstmal den Weg festlegen. Haben wir ein Logbuch hier? Bei einigen Aufträgen gibt es ein Logbuch auf der rechten Seite. Route. Hat er automatisch genommen? Okay, hat er automatisch. Ist es untenrum nicht kürzer? Ne, ist... Nein. So. Machen wir mal Standardroute festlegen. Und dann geht er los. Blinken. Da ist frei. Da kommt was, da kommt was. Bin mir nicht sicher, ob der wartet. Ja, der wartet nämlich nicht. Ich bin mir nicht. Ja, das ist... Oh, da kommt auch einer. Na, verkehrt. Wollt runterschalten. Der scheint zu warten, oder? Stehst jetzt aber blöd. Ich denke aber, ne, er steht. Okay. So, da kommt nichts. Das passt gerade, das passt gerade, das passt gerade. So, da muss ich noch mal abbiegen, aber das ist, glaube ich, eher... Ne, davon müssen wir es noch richtig abbiegen. Oh, da kommt gerade nichts, das passt. So, ich habe noch keine Blitze erlebt hier, also... Mir hat schon mal im Test ein Polizeifahrzeug hinter mir die Blaulichter angemacht, aber... Ist hier jetzt die Beschränkung aufgehoben? Steht nichts mehr da unten. Shit, oh, jetzt war mein Lenkrad kurz weg. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schneller als 25 fahren darf. Das ist noch in der Ortschaft, ne, glaube ich. Es ist sogar 15. Wir haben aber Vorfahrt. Ah, jetzt können wir heizen. Ja, er mag das nicht, dass ich mit Tastatur... Eigentlich... Da war nochmal so ein unsichtbarer... Da war nochmal so ein unsichtbarer Buckel. Er mag es nicht, dass ich mit Tastatur schalte. Immer noch nicht. Berg hoch ist ja wirklich, ne? Aber er erkennt gerade genau den Button, mit dem ich schalte, nicht im... Nicht im Spiel. Ah, gucken, ich kriege da schon hin, okay. Aber 55 drohe ich mich gar nicht zu fahren. Hier ist wieder 25. Ich kann, glaube ich, Licht komplett ausmachen. Hier beschleunigt er schon gar nicht mehr im siebten Gang. Berg hoch wieder, ja. Sechsten auch nicht. So, hier ist wieder 25 neu über die Brücke. Wir müssen aufpassen, dass wir die Abfahrt nicht verpassen. Ach, das ist noch ein ganzes Stück. Vielleicht schneide ich das auch ein bisschen zusammen. Oh, ich fahr zu schnell. Hier ist wieder er, 25. Man kann, glaube ich, auch den Verkehr hochsetzen, Leute. Und das wäre noch mal eine Möglichkeit. Den, also den Dingsverkehr, den Boomsverkehr, den, na, KI-Dichte hier. Wir gehen mal auf. Sehr beschäftigt. Wir gucken mal, ob sich das auf die Performance auswirkt. Hat das jetzt genommen? Manchmal übernimmt er das einfach nicht. Guck mal, die Grafikeinstellung hat er schon wieder nicht übernommen. Der Rest passt. Sehr beschäftigt. Doch, das hat er übernommen. Also, das hat er übernommen. Ah, die Berge links und rechts, ja? Beziehungsweise jetzt gerade links. Das sind jetzt fast 70 kmh, ne? Wenn wir 43 Meilen haben. Oh, geil. Hier geht's ins Tal runter. Ist das herrlich. Hier muss ich schon eher bremsen, ja? Da war wieder so ein unsichtbarer Buppel. Es sind noch einige im Spiel, ja? Scheinbar. Tankstelle brauchen wir noch nicht. Verdammte Axt! Das sah so komisch aus. Wir müssen hier rum. Kommt gerade keiner. Wir müssen hier rein. Blinker aus, aber da muss ich mal die Pads hinterklemmen. Der hat hier so einen Magnetschalter, ja? Das Moser-Lenkrad. Und da kann man so kleine Pads hinterkleben, dass sie nicht so klacken. So, wir haben noch fünf Stunden. Das ist... Wo sind wir denn ungefähr? Äh, jetzt die Hälfte, ne? Ungefähr. Na, ich schneide das alles ein bisschen zusammen. Das ist sonst... Das ist sonst zu lang, glaube ich. Das ist sonst zu lang, glaube ich. Axt Windpส Axt 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 Aquit Axt Axt Axt